Ich habe zwar endlich einen festen Job, aber an Familie ist bei dem bisschen Geld nicht zu denken. Und Rente? Sehr witzig. In unserem Callcenter ist es verboten, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Die wissen nämlich ganz genau, dass sie uns für ein Abloten... Ein richtiger Schritt wäre es, das Rentensystem gerechter zu machen. Das wirklich alle in die Kasse einzahlen, auch Beamte und Selbstständige. Die Rente soll ja schließlich zum Mehr reichen als nur zum Überleben. Und wenn ich an meine Kinder und Enkel... Karriere mit Kind? Vergiss es. Wir brauchen endlich vernünftige Arbeitszeiten und Kita-Plätze. Es ist doch absurd, dass für ein scheiß Betreuungsgeld Millionen rausgeschmissen werden, aber für Kita-Plätze kein Geld da sein soll. Es darf nicht sein, dass Privatpatienten im Krankenhaus besser behandelt werden. Das müsste man doch gesetzlich regeln. Da könnte die Politik... Es geht doch nur noch um Gewinne und um Profite. Und es wird überhaupt nicht danach geguckt, ob dabei jemand auf der Strecke bleibt. Ich will eine Gesellschaft, in der alle was vom Reichtum haben. Leistung muss sich nun endlich Schluss sein mit der Verschuldungspolitik. Wir wollen die menschliche, soziale Marke-Plätze... Wir wollen die menschliche, soziale Marke-Plätze... Am 22. September die Linke wählen. Zitat